Nein. Oh! Das brauch ich, glaub ich, nicht. Was ist das hier? Was brauchst du nicht? Ne, das brauch ich doch eher. Ich nehm mal das hier lieber. Was brauchst du nicht? Was brauchst du? Ach, hier gibt's so verschiedene Sachen, die du auch noch nehmen kannst. Ich hab jetzt das eine erstmal rausgeschmissen. Du meinst für deinen Charakter? Ja, so Spezialsachen. Oh, was ist denn das hier? Team 1 oder Team 2 war die? Äh, Team 3. Oh, jetzt hab ich wieder so einen schrägen Vogel erwischt hier. Oh, sie? Hallo! Hallo! Ich guck grad so weiß auf Germany. Bang! Ach, sie bohs auf Germany, die brauchen wir nicht gucken. Eigentlich ist endlich anfangen hier. Das wenigstens geil, deswegen ist eine vernünftige Castingschule. Ja, wo irgendwelche Leute die lügen und befrügen mitmachen. Arne, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, wenn ich jetzt bei dir zu Hause anrufe, dass jemand anderes rangeht? Äh, kommt drauf an, wie ich, ob ich grad tot bin oder lebendig bin. Wenn ich tot bin, dann zu 50%, wenn ich lebendig bin, dann zu 100%, dass jemand anderes rangeht. Mist. Ruf einfach an, Wali. Nein, ich trau mich nicht. Hallo, ich bin ein Kumpel von Arne, wir sind ständig in Skype-Kumpis und so. Nee, kommt ihr ins Arnes Zimmer reingelaufen, ne? Meine Mutter hat mich, ich hab dir ja deine Nummer eingesprach, ne? Meine Mutter hat mich gefragt, wer ist denn das? Ohne Schein. Ich so, tja, das ist ein Mysterium. Für Galileo Mystery, ne? Ja. Was ist denn dieser blöde Hoppane? Was ist der denn? Ja, schön für den Checkpoint, ich will wissen, wo dieser blöde Hoppane ist. Er ist unterwegs. Ja, ich hoffe nicht bei mir. Soll ich noch eine Runde Super Meat Boy spielen? Nein. Ich spiele noch eine Runde Super Meat Boy! Nein, ich will grad zu Voice of Germany gucken, vielleicht in der Pause. Wo ist denn dieser blöde Hoppane? Verdammte Kater. Boah, ist die fette, ey. Uah. Ne, klar, schön, dass ihr in Führung, die, ich hab trotzdem keine Punkte. Ah, hier, guck mal, hier ist einer. Und das... Wie, als du das letzte Mal online gespielt hast, äh, Call of Duty, hast du auch das Gefühl, dass die alle cheaten? Genau wie du hatte ich auch das Gefühl, dass alle cheaten, ja. Was heißt, die schießen einfach immer zu am Stück, die schießen ohne Ende, aber treffen trotzdem. Und wenn man selbst schießt, die Waffe fliegt erst mal 10.000 Kilometer nach oben. Ich hatte übelst Bock, nochmal Multiplayer mit dir zu spielen, Mali, aber da gibt's ja ein Hindernis. So. Welches Hindernis? Ich hab kein Geld. Also das ewige, leidige Problem bei Leon. Ja. Weil ich vielleicht mit YouTube Geld verdiene, ey. Brauchst du auch erstmal einen bestimmten Betrag. Ja, ich weiß. Oh, wo sind die denn hier alle? Das ist das Durchschnittsgewicht auf der Bühne ungefähr 200 Kilo, ey. Naja, 150. Durchschnittsgewicht? Ja, 150. Stopp doch. Und jetzt die Böcke. Das ist doch eine Scheißrunde, ey, ich will hier raus. Wow. 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 Du, 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 du. Die waren sind totally schwul. Okay. Okay. Gut. Woher weißt du das? Weil du da bist. Bin ich dein Kompass, oder was? Ja. Achso, gut. Du alte Schwuchtel. Du fragst dich bestimmt, wie dein Leben ohne mich funktionieren könnte, ne? Gar nicht mehr, ich kann gar nicht mehr ohne dich, Anna. Ja, ich weiß. Ja. Deshalb docke ich heute auch schön Minecraft und auf einmal merke ich, dass irgendwer mich wieder angeschrieben hat. Und dann habe ich gesehen, dass du mich schon vor über einer Stunde angeschrieben hast. Und dann hat es mir sehr leid getan, dass ich hier leider nichts antworten konnte. Das ist natürlich ärgerlich, Leon, ne? Was? Nochmal. Och nichts. Wir haben bloß über dich gelistet. Ey, was habt ihr gesagt? Wir haben gesagt, du hast einen kurzen Penis. Ja. Ey! Hab ich nicht. Bist du sicher? Hast du schon Vergleiche gesehen? Naja, warte mal. Ich guck mal eben, ich mess mal eben. Nein! Aber ich weiß ja nicht, wie euer ist, aber meiner ist 20 Zentimeter. Nein! Nein! Bist du sicher? 20 Zentimeter ist ganz schön viel. 20 Zentimeter, nie im Leben, kleiner Peter. Ja, es sind 20 Zentimeter. Ja, es sind 20 Zentimeter. Was weißt du, habe ich da gehört? 20 Millimeter? 21 Millimeter. Immer ausgefahren im Modus, natürlich. Wie, den kann man ausfahren? Nee. Oh mein Gott, Leon hat doch eins zum Anschrauben. Denk doch daran. Nein! Oh, hier ist ja was los. Hier ist was los. Ich habe jetzt gerade die Frage bekommen in Skype, wie ich denn aufnehme. Das ist ein Mysterium. Wie, wie ich aufnehme. Ja, mit einem Aufnahmeprogramm, ne? Und rendern tust du wahrscheinlich mit einem Renderprogramm, ne? Ich antworte mit einem PC. Das ist nicht der... Wer ist denn hier der richtige, verdammte Scheiße? Nee, das ist er auch nicht. Der hat euch ein lustiges Smiley zurückgekriegt. Irgendwo da hinten steht er. Irgendwer von denen, da ist das. Ich glaube, das ist sogar der da. Ich weiß es aber nicht. Oder die Cortisanen, die steht da oben. Sehr komisch. Töte die Frau, Mann. Töte die Frau? Ja, töte die. Warne, wie ist das eigentlich mit Freundinnen? Oh, Junge, ich habe doch diese nette Cortisanen hier. Was willst du eigentlich? Die ist so voll geil. Hat einen geilen Arsch. Eine Lehrerin von uns hat voll den geilen Arsch. Ich habe mir schon getroffen. Oh, nein. Sag mir bitte, dass sie wenigstens so Mitte 20 ist, Leon. Und nicht Ende 40. Die ist, äh... Die ist 23. Nein, das ist eine Referendarin. Und du bist heiß auf sie. Nein. Die ganze Schule ist heiß auf sie. Du bist also bloß ein Teil dieser Gruppe. Diese Anhängselgruppe. Naja, ich weiß auch nicht. Du bist also den Gruppenzwang... Ach, das ist so... Weißt du, was es ist? Das ist so eine, die geht einmal mit einem ins Bett und dann nie wieder. Bist du dir da sicher? Ja. Und was ist, wenn ich dir sage, dass sie ein total hässliches Face hat? Dann ist es trotzdem so. Du hast doch Scary Movie gesehen. Da wird einfach bloß eine Plastiktüte rübergetan. Und dann hat sich das auch... Ich habe Scary Movie nie gesehen, muss ich so mal ganz deutlich sagen. Du hast niemals den zweiten Teil gesehen? Da war auch so... Ich habe noch nie Scary Movie Teil 1, Teil 2, Teil 28 oder so. Ich muss es so vorstellen. Dort war eine vom Körper her übelst... Sexe Frau. Und dann kam auf einmal dieses hässliche, ekelhaftige Monstergesicht. Und er hat einfach bloß eine Tüte rübergestülpt über den Kopf. Das halten wir auch beim Schlittschuh fahren. Ich so, äh, die ein hässliches Face. Aber sonst sieht sie ganz geil aus. Ja, Tüte rüber, dann geht das auch. Tüte rüber. Äh, zu geil. Nein! Oh, diese Scheiße hier! Hier muss man erst markieren, das muss mir doch einer sagen! Ja, du musst doch mal hinpinkeln, weißt du. Äh! Der denn, dank ihr. We know that to love you, Will I be in town? Somebody tell me why I am on my own? It felt so so made for everyone. Ich sollte da auch mal hingehen, ey! Nein, das war das sonst. Das reicht vielleicht für Deutschland sucht das Supertalent, aber nicht für so Boys of Germany. Oh, mate, we love you. Das ist mir zu blöd hier. Ich weiß noch nicht mal, wen ich suchen muss. Laun party, laun party, laun party, laun party. Leon, was sagst du eigentlich zu diesem, zum letzten Jahr, das Supertalent, da hat doch dieser Typ gewonnen, der singen kann angeblich in zwei verschiedenen Stimmlagen. Ich weiß gar nicht, warum da eigentlich zu das Supertalent immer nur Sänger hingehen. Das frage ich mich auch. Ich meine, singen ist doch kein Talent so wirklich mehr. Nee. Singen kann ja fast jeder zweite oder dritte. Also singen, manchmal kommen da wirklich welche hin, die ganz gut singen können. Aber dann sollen die zu DSDS oder The Voice of Germany oder was werd ich wo hingehen? Es gibt doch Millionen von diesen Scheiß-Dinger da. Das Talent war zum Beispiel diese Sandmalerin. Das ist ein Talent, finde ich. Weil sowas gibt's nicht wirklich oft. Oder wenn die da irgendwie rumtouren oder was weiß ich da machen. Oder zaubern und so eine Scheiße. Manche turnen auch im Bett rum. Das ist dann aber, das ist dann Bettsport. Das ist nicht wirklich Talent, das ist, äh, boah, sag ich einfach mal. Du kannst doch sagen, ich hab Ausdauer. Das ist das kein Talent. Wally hat Ausdauer, er kann's fünfmal hintereinander, aber beim sechsten Mal wird's schwierig. Da bericht er ab. Dafür muss Wally kein Sport denn machen, ne? Nee, dafür muss er dann keinen Sport machen. Hat seinen Spaß im Bett und dann muss er keinen Sport mehr machen. Genau. Oh, hier ist irgendwer. Oh, wo ist sie? Da, nee. Wo ist diese, so ein Kuh? Wo ist sie? Verdammte Scheiße. Was singen die jetzt? Ich singe einfach dann einfach mal mit so. Oh, ich wusste es, dieser blöde Arsch! Ihr mit eurem Scheiß vergiften, hätte ich das auch nur. Ich dachte, du bist so gut, Arne. Wieso kannst du nicht vergiften? Ja, Level 29 muss ich da werden. So oft wie du studierst, muss das schon Level 30 sein mittlerweile. Nee, Level 18. Geh mal weg hier. So. So.